Hallo, liebe Tiefstilfreunde, zu einer neuen Ausgabe von Newstower. Ja, wir sind hier dabei, wieder Aufträge zu erfüllen. Das machen wir mal hier. Dann haben wir hier... Haben wir keinen frei, oder was? Das ist blöd. Das ist schlecht. Ist ja keiner frei, oder was? Kann ja gar nicht sein. Was dahin? Oh ja, die Zeitung ist wieder fertig. Wir dürfen keinen Politikartikel drucken. Dann kriegen wir extra money. So, zum Beispiel. Ja, genau. Genau. Wo sind denn meine Leute hin? Hallo? Hier ist eine Helen King, genau. Ich habe keine für... Ah, ist schlecht. Oh, Mobster. Zwei Mobster. Ja, ja, ich weiß. Die kommen in unser Büro und machen alles klein hier. Nein. So, Zeitung. Jetzt kommen sie ja die Mobster. Müssen wir unbedingt Security einstellen. Gleichmals. Printing. Okay, und Start. Go. Ja, zu allen den Nachrichten haben wir. Das ist das Problem. Aber, den Bezirk Williamsburg haben wir jetzt freigeschaltet und extra money durch die Mafia. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, probieren wir es mal. Nächster Stadtteil, den wir freischalten, das ist der hier, genau. East New York. Haben wir schon die Artikel vorhanden? Das ist sehr gut. Das kommt hier rein. Ne, ist nichts da. Gut, weiter geht's. Ah, der Mobster, der macht alles kaputt, der. Aua. Mobster. Warte mal, eine Washing-Station mal einstellen hier. Brauchen wir jemanden, der hier putzt und sauer macht. So. So, weiter geht's mit dem nächsten Artikel. Jetzt haben wir wieder keine frei. Also halt hier. Die wollen Bargeld haben. Für Informationen. Ja, gut. Hm. Okay. Strafe zeigen. Mobster sind weg, ne? Ja. Neu-Zu-Dank. Ja. Da fehlt uns einer. Helen King ist unterwegs. Ach jetzt. Sehr gut. Paula Anderson. Oh, wieder Probleme, ne? Ja. Hier piepst die ganze Zeit Milwaukee-Mörder. Auf einen High-Profile-Mörder wird hier berichtet. Okay. Bis wir dranbleiben. Ja, Mobster haben wir wieder hier die Gefahr. Nee. Lass mal lieber. Ich habe wieder keinen frei. Es ist so schlecht. Nee, aber nicht. Es ist schlecht wirklich. So, Zeitung. Es gibt mir Kohle. Ich habe doch keinen frei. Jetzt wird die Zeitung gedruckt gleich. Na, was soll's. Start und drucken. Jawohl, 10.000. Neuer Rekord. Perfekt. Jawohl. Das bringt Kohle. Neuer Stadtbezirk. Und extra Money. Komplierte. Jawohl. So ist es fein. Gott. Weiter geht's. Ja, wir stellen jetzt noch einen neuen Reporter ein, würde ich sagen. Wir brauchen erstmal wieder einen Stadtbezirk. Oh ja, Police Station. Äh, warte mal. Hier, Sicherheit, ne? Genau, den auf jeden Fall. Und dieses, äh, diesen Buchstand für noch mehr Crime-Artikel. Was wollen die jetzt wieder von mir? Ne. Wall Street. Ja, machen wir mal Wall Street, würde ich sagen. Papier nachbestellen. Ja, kommt. Was haben wir hier jetzt wieder für ein Problem? So, jetzt reicht's. Jetzt will ich hier einen Reporter einstellen, den neuen. Kommt gleich. Und der soll bitte Stanley Hughes, genau. Bitte. Mach was. Wenn's geht. Und ab die Post. Oh, der braucht natürlich noch, äh, wenn's geht, eine Pflanze auf den Tisch. Ja, Papier kommt gleich. Crime, nächster Tick. So, weiter geht's. Äh, wir machen bitte Crime. So, das macht der Stanley Hughes, bitte, oder? Jo. Und du machst das da? Nächster Tick, äh, du machst das da, bitte. Genau. Was haben wir hier wieder? Mmh, okay. Zeitung. Mmh. Hm. Nicht wurscht. So. Müsste eigentlich passen. Sports, geh hin. Ja. Nächste Woche ist vorbei. Und die Zeitung kommt wieder. Druck hin. Genau. Start. Und runter. Der Hebel. Neubitzig, sehr gut. Dann nehmen wir auch den hier, würde ich sagen. Einen Sicherheitsdienst hätte ich gerne noch, oder? Das wäre nicht schlecht, so zum Schutze. Schauen wir mal hier hin, so, fast geht weiter. Ja, wir probieren es mal, ich brauche diesen Artikel. Ach du testest. Jetzt kommen wir angefahren mit dem Bus, naja, Sicherheitsdienst, ich komme gleich. Warte mal, stopp mal hier, stopp, stopp, stopp. Warte mal, Sekunde. Hier, Security Boost, genau, den brauche ich nochmal schnell. Passt hier dahin, oder müssen wir den woanders hinstellen? Nö, der passt eigentlich ganz gut dahin, würde ich sagen. Und noch einen Wachmann einstellen, Clark White. So, jetzt ist er in Ruhe, im Karton. So, Zeitung. Ne, so, genau. Den kann man noch schaffen, den Sportartikel. Breaking News. Geht so um die Steuer für importierte Produkte, ob die erhöht werden soll. Ah ja, komm gleich. So, was habe ich hier jetzt wieder für ein Problem? So, genau. Ne. Papier brauchen wir wieder. Können wir nicht gerne noch an die zweite mal, äh, links einschalten hier. Wie kosten die denn? Die zweite Maschine für die zweite Seite, weil das ist schade eigentlich. Wo ist denn die? Page-Modul 1000, wenn alles können wir es leisten, oder? So, dann haben wir nämlich hier zwei Seiten übrig. Haben so viele Artikel, ne? Ist doch schade drum. So, jetzt ist wieder hier alle schön voll. Na bravo. Haben wir auch noch Probleme hier mit dem Gericht? Wie geht's? Warte geht's. Uh-huh. Wie geht's? Du kommst dahin. Genau. So, das macht die Hellen King. Hoppala, Movie Poster neu, okay. So, wir müssen die Zeitung drücken, ne, genau, und Start, ab die Post, zum ersten Mal zwei Seiten. Und, 18.000, Rekord, sehr gut. Und, Neubitick. Okay, weiter geht's. Mhm, was haben wir hier, Boyk-Map, ja, das nehmen wir mal. Hm, noch zu wenig. Ja, wir nehmen diesen Bezick hier als nächstes, das macht die Mafia, naja. So, oh, Papier brauchen wir wieder, Sekunde, jetzt, Nachrichten, zack. Sport. Äh, das macht die Paula Anderson, bitte, genau. So, haben wir wieder genügend Artikel für die Zeitung. Hm. Hm. Ja, ist gut, kostet, okay. Ja, vielener Dollar. So, ja, ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende, aber wir machen jetzt doch bitte diese Woche fertig und dann kann es in der nächsten Folge weitergehen bei Newstower. Mir macht das Spiel so unendlich viel Spaß. So, jetzt rolling the press. Oh, da haben wir noch einen Tügel, genau. Dann würde ich sagen, let's go, ne? Und, ab die Post, halt. Schauen wir mal, was rauskommt am Schluss. Na, immerhin, 16.000, sehr gut. Genau, und mit diesem Bild würde ich sagen, halt mir ein bisschen erst. Neuer, nein, doch, neuer Stadtteil, sehr gut. Glück gehabt. Aber jetzt machen wir Schluss, ne? Genau. Oh, schönes Geld, mit Flöten. Also, ich sage, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, tschüss.